Und Dirk Pohlmann hat sich zum Taurus League geäußert. Also ihr hattet ja von diesem Gespräch von einigen Offizieren mitbekommen, was wahrscheinlich von Russland abgehört und veröffentlicht wurde und wo einige interessante Dinge erzählt wurden. Beispielsweise, dass britische und amerikanische NATO-Soldaten schon in der Ukraine sind oder dass die Generäle dort zuerst ihrem amerikanischen vorgesetzten Bericht erstatten, bevor sie mit Verteidigungsminister Boris Pistorius reden. Aber zu all dem hat Dirk Pohlmann, wie gesagt, sehr interessante Dinge im Format NATO-Akte gesagt und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Unter 500 Tote und so weiter. Das ist eine Sache, das fängst du an vorzuplanen, damit du weißt, wenn sowas passiert, was du machst. Und das Militär hat sich zu beschäftigen mit dem Einsatz von allen möglichen Sachen. Das hat sich logischerweise in dieser Situation, wird es sich damit beschäftigen, einem Krieg mit Russland. Aber es wird nicht die Entscheidung hoffentlich treffen, ob es einen Krieg mit Russland geht. Und die Frage ist, ob die Leute, die da drin sind, wissen, ob die sich selber begreifen in dieser dienenden Rolle. Da steht ja, wir dienen Deutschland oder und das ist die Tendenz in allen Militärs weltweit, dass sie denken, dass die Politiker, die ihnen vor der Nase sitzen, nicht in der Lage sind, diese Entscheidung auf Leben und Tod, für die sie ausgebildet worden sind, zu treffen. Wie die Militärs, die ausgebildet worden sind, die reingehen mit dem Ethos. Im Zweifelsfall muss ich selber drauf gehen. Das sind gerade alles Zitate, die ich gebracht habe von Curtis LeMay, der da Ansicht war, dass er seinen Präsidenten John F. Kennedy, dass der unfähig ist, die Kuba-Krise und die Situation mit Kuba zu meistern, weil er soft on communism, zu weich mit den Kommunisten und sich von den Schwarzen wählen lässt. Das waren zwei Sachen, die waren ganz, ganz schlimm für diese Leute in Amerika. Und dann kommt irgendwann, kommt immer wieder die Entscheidung, hier muss jemand aufräumen, weil die Politik, wir sind die Leute, die im Sicherheitsstaat dafür sorgen, dass der Staat überlebt. Das machen wir seit 20 Jahren und die Politiker, die kommen und gehen, wir das Laub an den Bäumen, die haben keine Ahnung. In Deutschland hätten wir auch noch unfähige Leute mittlerweile, die da drin sind. Und dann wird das Militär, ist das sozusagen naheliegend, dass sie sich überlegen, wie man diese Leute umgeht, wie man diese Klotzköpfe, die man da vor der Nase hat, wie man die ausschalten kann. Und das ist ein Grundproblem. Du hast ein Apparat mit Macht, ist ja nicht nur Militär, sind auch die Geheimdienste, die da mitgehören, ein Apparat mit hoher Macht. Und auf der anderen Seite hast du Politiker, die sagen, in meinem Bausparvertrag steht aber, dass ich der Chef bin. Und dann sagen die, ja, ja, du bist der Chef, aber in Wirklichkeit bist du es nicht. Das war mein Beispiel mit Schweden. In Schweden ist es so gewesen, dass die Militärs gesagt haben, dieser Sozialistpalme, der da aus uns die nächste Sowjetrepublik machen will, den müssen wir beseitigen. Und das machen wir zusammen mit ein paar Leuten im Ausland. Ja, ihr habt also gerade richtig zugehört. Es wird immer ein Problem, wenn Geheimdienste bzw. das Militär ein Eigenleben entwickeln. Wenn sie nicht mehr die Volkswäge einhalten und sich entsprechend an den Willen der demokratisch gewählten Politiker halten, sondern wenn sie beginnen, Selbstentscheidungen zu fällen, dann wird sowas sehr schnell demokratiegefährdend. Also der Kohlmann hatte gerade das Beispiel mit Olaf Palme genannt. Und genau hier ist die Frage, was ist bei diesen Offizieren falsch gelaufen? Haben sie tatsächlich nur Planspiele betrieben und überlegt, welche Szenarien gibt es bezüglich der Taurus-Marsch-Flugkörper? Und wie können wir den Verteidigungsminister ordnungsgemäß briefen? Oder wollten sie dem Verteidigungsminister hier etwas schmackhaft machen, was dieser überhaupt nicht wollte? Also haben sie versucht, selber Politik zu machen? Und wem haben sie noch Bericht erstattet, bevor sie dem Verteidigungsminister Bericht erstattet haben? Okay, darauf wird Dirk Kohlmann noch zu sprechen bekommen. Sie haben ihrem amerikanischen Vorgesetzten zuerst Bericht erstattet. Sie haben nicht zuerst mit dem Verteidigungsminister von Deutschland gesprochen, sondern mit einem amerikanischen General. Aber dazu gleich mehr. Sag mir doch mal bitte prinzipiell, wer könnte aber den, also du meinst, also ein Auftrag kann es nicht gegeben haben, vielleicht auch von einem Pistorius, weil man dem dann unterstellen müsste, er würde gegen Scholz arbeiten, um nochmal neu nachzudenken, dieser Taurus einzusetzen. Jetzt wird es interessant. Jetzt geht es genau darum. Bitte nochmal, das muss man gedanklich sauber sortieren, sonst ist man immer im Labyrinth und im Urwald unterwegs. Die erste Sache ist, Scholz ist Bundeskanzler. Der ist jetzt, wenn du in den Bausparvertrag, nenne ich das jetzt mal, reinguckst, ist er derjenige, der bestimmt. Der hat die Richtlinienkompetenz. Und der Pistorius ist unter ihm Minister. Ja, die Frage ist jetzt also, war diese Aufgabe, was wir sehen, ist, die Leute unterhalten sich und sagen, sie wollen Pistorius briefen dazu. Offenbar hat er noch nicht erfahren, was mit Taurus geht, was nicht geht, wie die operativen Möglichkeiten sind. Er weiß es nicht. Als Verteidigungsminister muss er das aber wissen. Sie wollen ihn briefen. Jetzt ist die erste Frage, sagt Scholz, Pistorius macht das mal und berichte dann im Parlament, nicht im Parlament, im Kabinett an uns. Also ist die Befehlsreihenfolge sauber eingehalten oder, das wäre meine erste Frage, ist Pistorius als populärster Politiker in Deutschland, der er zurzeit ist, auf dem Weg vielleicht mit einem, sozusagen, ich bin der Entscheider, ich komme hier mit Energie um die Ecke. Scholz ist ein Zögerer, ein Zauderer, vergisst immer, was er ausgesagt hat, den müssen wir weghaben. Und ich bin jetzt, sage ich mal, mit der Linie mit Roderich Kiesewetter, also dem Kriegsminister Deutschlands und Strack Zimmermann, der Darstellerin auf derselben Linie. Wir sind die Leute, die entschlossen vorangehen, Putin die Kante zeigen. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Fakten schaffen. Und ich informiere mich schon mal darüber, wie das mit Taurus geht. Also erstens gibt es eine Insubordination von Pistorius gegenüber Scholz, wäre die erste Frage. Und dann ist die zweite Frage, ist Pistorius derjenige, der den Auftrag an die Bundeswehr gegeben hat? Wissen wir auch noch nicht. Wir wissen nicht, ob es einen Auftrag Pistorius gab oder ob die Leute einfach zugearbeitet haben. Und dann ist die Frage, dazu komme ich jetzt ja, mit wem sind denn eigentlich unsere Bundeswehrleute? Für wen arbeiten die denn? Arbeiten die so, wie sie sollen? Sonst kriegen sie einen Satz Ohrfeigen und werden gefeuert und etwas Schlimmeres. Arbeiten sie im Auftrag der Bundesregierung oder haben sie noch andere Herren, denen sie dienen? Das ist die interessanteste Frage. Und dafür haben wir jetzt ein Indizien, dass das eben nicht so ist. Also dienen sie anderen Herren. Jetzt hört gut zu. Ich hatte es vorhin schon verraten. Lück Pohlmann wird das jetzt nochmal genauer ausführen. Sauber in ihrer Hierarchiekette arbeiten, wie sie sollen. Und da hat hier Schönbach das richtig erzählt. Das ist seine Aufgabe. Das sollten wir auch klar sehen. Das ist sozusagen sinnvoll, dass es so ist. Das ist nicht das, sagt ihr Motto, wir können das jetzt über ein Gerichtsverfahren, wie ich sagte am Amtsgericht, können wir die Politik der Bundesregierung stoppen. Nicht sinnvoll. Ja, abgesehen davon, dass es so überhaupt nicht funktioniert. Was ich jetzt gefunden habe, ist, dass in dem Gespräch, was ich nicht fassen konnte, es gibt, bevor Gerhards dazu kommt, fünf Minuten Gespräch, wo sich der Gräfe mit, Moment, ich kann es jetzt gerade mal vorlesen, ich suche es raus, also ein General. Gräfe ist General und der ist, aber außerdem, was wichtig ist bei Gräfe, er war Militärattaché in Washington. Also seine englische Sprechweise hängt damit zusammen, dass er in den USA der Verbindungsmann. Und das hieß, als er benannt wurde, hieß es Unser Mann in Washington. Er ist also drin gewesen, er war auf der Nellis Air Force Base, das ist da, wo die Top Gun Leute ausgebildet werden, also Miramar auch noch die Station, also wo die Top Leute der Air Force üben. Und dort gibt es die Red Flag und Green Flag Übungen, wo aus der ganzen Welt Kampfpilotbesatzungen zusammenkommen, auch aus neutralen Staaten, übrigens früher schon, waren die Schweden schon mit dabei. Und dann üben die und üben erst das Erreichen der Luftherrschaft, das ist Red Flag, und danach geht das Green Flag mit dem Krieg, nachdem man die Luftherrschaft weiter, das üben die. Und das ist so eine Art Männerbund-Situation, die dort auftaucht, auf diesen Nellis Air Force Base, das ist übrigens daneben, ist dann die Nellis Air Range, da drin ist Area 51. Das ist ein Gebiet, das ist ungefähr so groß wie Hessen. Und dort findet alles Mögliche an Tests, an Versuchen, die geheimsten Tests überhaupt in Area 51, aber alles Mögliche, diese Übungen international finden dort statt. Und da hat der Gräfe auf dem Foto, was wir gefunden haben, wir haben das jetzt in 321 rausgebracht, hat er einen Patch auf der Seite, also so einen Aufnäher, und das ist von Nellis Red Flag. Man sieht also die amerikanischen Fahne und man sieht sogar noch den Schriftzug Red dabei. Das heißt, da kommt er her. Und jetzt unterhalten sich die beiden in diesen ersten fünf Minuten in ihrem, ich sage jetzt mal, Juppie-Slang, also amerikanisierten Juppie-Slang und sagen, ich lese das jetzt mal vor, damit ich das auch kriege, denn es ist Gräfe und Florstedt, da ist also Gerhards noch nicht dabei. Der Gerhards kommt später und dann sagt er, it's quite humid here und so weiter. Da redet er Englisch. Aber deshalb habe ich jetzt auch, das ist natürlich das Geile bei so Veranstaltungen, da triffst du ja Gott und die Welt. Und ich habe diesen Schneider heute getroffen, der ist ja der Nachfolger von dem Wilsbach. Und dann habe ich ihm halt mal von unserem Plan erzählt. Und jetzt denkst du, Schneider und Wilsbach, das sind zwei deutsche Namen, sind es aber nicht. Der Wilsbach ist Commander, das steht hier sogar falsch drin, der ist mittlerweile, hat er einen anderen Rang. Moment, Wilsbach, ich hole ihn gerade, Sekunde, den muss ich aufrufen. Also Kenneth ist Wilsbach und da gibt es ein Foto von Gerhards mit Wilsbach so mit Hände so ineinander, was wir auch abgedruckt haben, wo man sieht, wie eng die miteinander sind. Und der Herrmann hat ihn, ich glaube, richtig charakterisiert. Das ist so einer so entschlossen voran. Ja, ich bin harter Militär. Kenneth Wilsbach ist der Commander vom Air Combat Command Joint Base Langley-Eustace in Virginia. Jemand, der weiß, was Langley ist. Langley ist das Standort der CIA, das ist genau daneben. Und er ist ein amerikanischer General, General Kenneth Wilsbach. Wilsbach klingt wie ein deutscher Militär, ist aber ein amerikanischer General, der die ganze Zeit sich beschäftigt mit Organisation, Training, Ausrüstung und so weiter von Kampftruppen, also kampffähigen Lufttruppen im Cyberspace, elektromagnetisch und so weiter. Der ist also ein Top-Mann, war vorher Kommandeur der Pazifischen, der US Air Force Pacific Command. Also ganz oben in diesen Kategorie. Und dann reden die davon, er trifft Schneider. Schneider ist der Nachfolger von Wilsbach, der jetzt dran ist, also Pacific Command. Und den trifft der Gräfe und sagt, geil, dann konnte ich mit ihm reden. Und dann sagt er aber auch noch, weil der, als sie sich unterhalten, jetzt muss ich wieder reingehen, unterhält er sich und dann sagt er, du musst ja nochmal nach Alaska. Auch übrigens interessant, Reise nach Alaska. Ich tippe mal auf Elmendorf Air Force Base, eine der wichtigsten Basen im Kalten Krieg, weil der Krieg mit der Sowjetunion weh über den Nordpol gegangen. Also Alaska ist ein ganz wichtiger Standort für die Bomberkommandos und auch für die Abwehr, wo ziemlich viel zusammengezogen ist in dieser Situation Russland-Konfrontation. Da will er hin, am 19. März, Dienstag bin ich da. Und dann sagt er, ja, solltest du nochmal vorbei müssen, meinst du, oder was? Noch mal in Alaska. Wen trifft er da? Ich nehme an, Schneider. Aber das ist nur eine Vermutung. Was er aber sagt ist, ja, ich muss da tatsächlich nochmal hin. Wie gesagt, der ist ja erst zwei Wochen im Amt, Schneider. Er hat mit Wilsberg vorher zu tun gehabt. Schneider ist auch General. Das ist der neue Kommandierende vom Pacific Command in den USA. Also auch ein höchstrangiger General der amerikanischen Streitkräfte. Mit denen will er sich treffen. Und er sagte, und das stimmte gar nicht. Und er wusste gar nicht, wovon ich rede. Ja, über die Taurus-Geschichte. Und deshalb habe ich gesagt, dann komme ich lieber nochmal vorbei, weil das war ja Oktober, wo wir dem Wilsbach das alles vorgestellt haben. Also im Oktober wurde Wilsbach die Taurus-Planung vorgestellt. Bevor in der Bundesrepublik darüber geredet wurde, bevor es einen Auftrag von Pistorius für ein Briefing gab, falls es ihn gab, Scholz sowieso nicht, reden die vier Monate vorher, reden die bereits innerhalb ihrer Struktur mit den Amerikanern, also auch nicht NATO, sondern mit den Amerikanern, wo Gräfe Attaché war, reden sie über diese Planung. Und das ist Insubordination. So geht das nicht. Also das heißt, die reden... Ja, das ist der Skandal. Die Generäle besprechen mit den USA, was dort... Also, sorry, wenn ich das jetzt nochmal wiederhole, aber ich kriege häufig... Ja, aber das ist der Skandal. Die Generäle, die sprechen mit den Amerikanern, mit ihren amerikanischen Vorgesetzten, mehr oder weniger, das ist es ja, darüber, was die militärischen Planungen für die Zukunft sind, was man dann später vielleicht mal deutschen Politikern vorstellen wird, anstatt, dass sie die Befehlskette einhalten, anstatt, dass sie die Befehle von der Bundesregierung kriegen, werden da innerhalb dieses militärischen Apparats Planungen vorgenommen, die eigentlich in der Demokratie demokratisch entschieden werden sollten, von Politikern, die gewählt sind, und nicht aus einem völlig intransparenten Sicherheitsapparat heraus. Ich kriege häufiger, das kann ich an der Stelle mal sagen, in meinen Kommentaren den Hinweis, dass ich nicht so häufig dazwischen quatschen soll. Aber, liebe Leute, wenn ihr euch darüber beschwert, dann klickt doch einfach, das ist immer verlinkt, in der Videobeschreibung bitte das Originalvideo an. Ihr könnt euch hier... NATO-Akta heißt das Format. Das gesamte Video hier ist auf Drusch bei FM erschienen, hat schon über 100.000 Aufrufe. Wenn ihr das Format ohne meine nervigen Kommentare hören wollt, dann schaut euch bitte die Originalvideos an, anstatt euch in meinen Kommentaren darüber zu beschweren, dass ich in einem Reaktionsvideo nun mal darauf reagiere. Mit den Amerikanern über die Planung Zerstörung der Kärtschbrücke. Das ist der Hammer. Das heißt, es geht nicht, was ist hier in Deutschland, weil da ist Scholz der Bremser. Allerdings, ich bin nicht so optimistisch wie Hermann Plopper. Scholz hat mehrmals gesagt, er liefert alles Mögliche nicht. Leopardpanzer war dagegen und ist immer eingeknickt und hat dann doch geliefert. Aber er ist auf jeden Fall nicht jemand, der vorantreibt. Das ist kein Strack-Zimmermann und schon gar kein Roderich-Kiesewetter. Also der ist sozusagen aus der Fraktion, die da nicht in den Krieg rein will. Wir haben ja Leute, die mit aller Gewalt dafür sorgen, ich weiß nicht, was die antreibt. Das ist mir nicht klar, aber wir haben diese Leute, die da unbedingt hinwollen. Und unsere Generäle reden jetzt schon mal mit den Amerikanern, von denen wir wissen, wie ja auch in diesem Gespräch gesagt wird, die rennen da in zivil rum. Und wir wissen auch, das weiß ich jetzt über die russische Streitkräfte, also von Informationen aus Russland, dass den Russen bekannt ist, dass die Patriot-Raketen werden nicht von Ukrainern bedient. Das ist ein bisschen zu komplex. Wie wir hier auch gehört haben, das ist ganz schön komplex mit dem Taurus. Da braucht man, weil das einen konstanten Daten liegt, deswegen Link, deswegen auch Wilsbach mit seinem Space Command, mit diesen ganzen Sachen, wo er drin ist. Da brauchst du die Verbindung von dem Flugzeug mit dem Cruise Missile, die ständig die Daten rausgibt. Das ist nicht Fire and Forget, wie das früher hieß, also abschießen und danach vergessen, sondern das ist eine konstante Datengeschichte. Und das geht nicht so einfach. Die haben keine Maschinen, die dafür ausgestattet sind. Außer es ist, dass der Typhoon, also der ehemalige Jäger 90, wie er ja hieß, und der Tornado, glaube ich, auch, die abschießen können. Und dann gibt es die Rafale und es gibt die F-35 und F-80. Das sind aber alles westliche Flugzeuge. Man kann das gar nicht abschießen. Dauert also ein paar Monate, bis das überhaupt geht. Und das ist die Situation, dass jetzt die darüber reden, dass die Planung gemacht haben. Und dann geht es ja darum, wenn man das jetzt dem Pistorius zu direkt erzählt, dass man da einen Angriff macht, dann ist das ein Showstopper, wie er das genannt hat. Ja, also das wäre eine Katastrophe, dann ist es nicht möglich. Man versucht also, wie man das so darstellen kann, dass es einen möglichen Einsatz gibt. Aber nochmal, der Skandal ist, man redet vier Monate vorher nicht mit seinem Dienstherren, sondern mit den Amerikanern. Wenn ich jetzt Pistorius wäre, wäre das das Letzte, was dieser Mann als Soldat ausgeübt hat, als Tätigkeit. Das ist ein absolutes No-Go. Aber wir sehen, die Reaktion, die wir kriegen, ist, bitte nicht darüber reden. Es ist nur ein Nutzen für Putin, wenn wir darüber reden. Wir wollen ihm ja nicht den Gefallen tun, und dass wir darüber reden, was bei uns schief geht oder was hier ist. Das ist sozusagen die wiederkehrende Nord Stream 2 Situation, dass Scholz neben Biden steht, während der sagt, wenn die Russen kommen, dann wird die Pipeline in die Luft gejagt. Und danach ist keiner Manns genug, die Frage zu stellen, spinnt ihr eigentlich im Verbündeten den größten Industrie-Schaden in der gesamten Menschheitsgeschichte? Das ist das nämlich in der Sabotageakt zuzufügen. Da sind wir dann ganz kleinlaut. Und auch hier ist die Reaktion, der böse Putin hat uns abgehört. Also nach dem Motto, abhören unter Feinden, das geht gar nicht. Wie lächerlich kann man sich machen? Deswegen bin ich auch so sauer. Es ist eine Banane. Ja, da war ich tatsächlich auch sauer, als ich das in der Tagesschau gesehen habe. Ich meine, in diesem ganzen Gespräch, da wurden so viele interessante Sachen gesagt. Also das, wie das gerade aufgedröselt hat, so hätte ich mir das eigentlich von der seriösen Nachrichtensendung gewünscht. Dass dort wirklich aufgedröselt wird, welche Aussagen wurden getroffen und welche Aussagen lassen eventuell darauf schließen, dass dieser Sicherheitsapparat ein Eigenleben entwickelt hat, dass dieser Sicherheitsapparat nicht den demokratisch gewählten Politikern in Deutschland gehorcht, sondern eventuell sogar ausländischen Akteuren, hier in dem Fall amerikanischen Generälen. Beziehungsweise auch die anderen interessanten Aussagen, dass die Briten und die Amerikaner schon mit Soldaten vor Ort sind. Also jeder, der das behauptet hat, der wurde ja als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Und die Tagesschau, worüber berichtet die? Der Russe hat uns abgehört. Über den Inhalt dessen, was da abgehört wurde. Kein Wort. Im gesamten Tagesschaubericht. Ich habe darauf reagiert. Also das und auch am Tag darauf, da habe ich nicht mehr darauf reagiert, aber den habe ich mir so angesehen. Auch wieder Berichte in der Tagesschau. Wieder kein einziges Wort über die Inhalte, die da abgehört wurden. Sondern immer noch, der Russe hat uns abgehört. Wie konnte das passieren? Also das ist wirklich Anti-Information. Das ist Propaganda. Anders kann man das nicht nennen, was die Tagesschau da macht. Anstatt darüber zu berichten, was da passiert ist, berichtet man, dass in so einem Framing, dass die Russen wieder die Bösen sind und als ob in diesem Gespräch überhaupt nichts Interessantes erzählt wurde. Wie gesagt, Dirk Polmann hat es gerade gesagt, abhören unter Feinden, das geht gar nicht. Also das war mehr oder weniger das Motto der Berichterstattung in Deutschland. Also ja, komplett lächerlich. Da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn man sich das ein bisschen genauer ansieht. An Republik mit Offizieren, die auf eigene Kraft mit ihrem, sozusagen mit ihrem wirklichen Vorgesetzten arbeiten und eine Regierung, die nicht mehr in der Lage ist, das zu beenden. Eine Bananenrepublik. Danke erstmal. Pistorius hat sich ja vor den Medien so ausgedrückt, dass er erstmal diese Untersuchung abwarten möchte und hat erstmal diese Generäle in Schutz genommen. Das sage ich doch gerade. Was gibt es da in Schutz zu nehmen? Wenn du hörst, dass vor vier Monaten diese Leute mit den Amerikanern geredet sind, was muss ich da noch untersuchen? Das haben wir gesehen bei Nord Stream, wo jetzt seit zwei Jahren untersucht wird und dann hat Schweden gesagt, wir können nichts machen, weil der Täter, wir haben zwar ermittelt, wer es sein könnte, ist aber nicht in unserer Jurisdiktion und die Dänen haben auch gerade die Untersuchung abgeblasen. Das ist die lächerliche Situation, in der wir uns behandeln. Ich nehme diese Aussagen nicht ernst, weil das ist, das ist etwas, was man, das sollte man nicht gewähren, dass man sie mit solchen Aussagen durchgehen lässt. Wollte er nur Gesicht wahren vielleicht? Keine Ahnung. Ein Luschi, weil er das nicht durchsetzen kann, weil er sozusagen, er hat jetzt vor sich seine Generäle, die mit den Amerikanern, dann muss er sich ja mit den Amerikanern anlegen. Das wird er nicht tun. Ja, deswegen haben wir auch einen Bundeskanzler, der eigentlich wegen drei schwerer Vergehen jede Minute mit Handschellen abgeführt werden kann. Cum-Ex, Wirecard und die Geschichte mit der Geldwäscherei, die erschwert wurde, weil die Behörde vom Kriminalpolizei gegangen ist und damit in eine völlig lahmarschige Verfolgungsbehörde. Das ist und dann natürlich eine erwiesenermaßen inkompetente Außenministerin. Das heißt, diese Ampelkoalition oder auch schon die vorherigen Regierungen, aber die noch nicht so krass sind, durch Inkompetenz oder durch extreme Erpressbarkeit eigentlich überhaupt kein eigenständiger Faktor mehr. Das ist doch eine Reihe. Wir sehen das doch jetzt seit zwei Jahren. Wir sehen das seit zwei Jahren, wie hier agiert wird und wir brauchen nicht jedes Mal denken, es gibt eine Untersuchung und dann kommt irgendwie raus, oh, dann sehen wir aber, da waren wahrscheinlich amerikanische Taucher an der Nord Stream Pipeline und was machen wir denn dann? Das ist doch die Frage, vor der die alle zurückschrecken. Deswegen sagen die Schweden, die gerade in die NATO eingetreten sind, sie haben Indizien, aber der Täter unterliegt ich nicht ihrer Jurisdiktion. Grübel, grübel und studiere, wer könnte das sein? Russland? Meinen die Russland damit? Wir haben am Anfang, haben wir bei all diesen Sachen... Das war doch die Ukraine, das war doch so ein kleines Segelboot, wo ein paar Ukrainer, die aber keine Verbindung zum ukrainischen Geheimdienst oder gar zum Präsidenten hatten, das ist ganz... Das waren Privatpersonen, die haben sich einfach mal gedacht, wir sprengen jetzt Nord Stream und ja, das ist da garantiert passiert. Also wurde jedenfalls in der deutschen Presse berichtet und die ist ja, wie wir eben schon geklärt haben, sehr, sehr vertrauenswürdig. ...gehört Russland raus. Das ist so lächerlich. Ich will nicht von meiner eigenen Regierung so veräppelt werden, so verdummt verkauft werden und von den Medien so verdummt verdummt verkauft werden, dass die Medien jetzt nur darüber reden, nicht, was ist da eigentlich los, was macht unser Militär da, wissen unsere Politiker, was die Militärs planen, mit wem planen sie das, sondern sie unterhalten sich darüber, dass es eine Unverschämte ist, dass die Russen das jetzt rausgekriegt haben. Das ist deren verdammte Aufgabe nochmal. Die verdammte Aufgabe von der Bundeswehr ist, die Russen abzuhören und die Aufgabe von dem russischen Geheimdienst ist, die Bundeswehr abzuhören. Das sind die Spielregeln. Das ist jetzt nicht reingehen und ob man findet in irgendeinem Vertrag, dass man es nicht darf. Das ist die Grundaufgabe von einem Geheimdienst, auf der anderen Seite zu wissen, was los ist. Und zwar mit so möglichst allen Mitteln. Der heißt Geheimdienst, weil er nicht wie die Polizei an Recht und Ordnung geboten ist, sondern weil er biegen kann, weil er Sachen machen muss, die außerhalb der Legalität sind. Sonst bräuchte man keine Geheimdienste. Sonst bräuchte man nur ein BKA. Also das ist einfach, daran merke ich, die Grundlagen sind überhaupt nicht verstanden, wie das funktionieren sollte und worüber man sich wirklich aufregen sollte und was zwecklos ist, sich aufzuregen. Weil wenn jetzt die nächste, wenn du den kubanischen Geheimdienst, der interessiert sich auch dafür, was die Amerikaner bei Ihnen auf der Insel vorhaben. Und wenn sie es nicht machen würden, würden sie ihre verdammte Aufgabe nicht erledigen. Aber Dirk, eine Frage. Dieser Verhalten von Pistorius, diese ersten viereinhalb Minuten und dann nochmal sechs Minuten, wo er eigentlich den Putin beschuldigt, dass er das am Freitag extra veröffentlicht hat, damit man die so ein bisschen ärgert, die Regierung. Waren sie jetzt wirklich so auf dem kalten Fuß erwischt? Oder war es nur deswegen, weil sie daran erwischt wurden und das ist schwer zu verstecken, dass sie überhaupt nicht souverän sind, dass sie sich da gar nichts machen können? Die Technik heißt, haltet den Dieb. Du machst irgendetwas und dann sagst du, da drüben ist der Täter, guckt alle da hin. Das ist alles nur Spin-Doktor. Also im Englischen nennt man das, ich gebe jetzt mal den Bundeswehroffizier Spin-Doktor Doktors. Also die Tatsache so verdrehen, dass man sie für sich selber nutzen kann. Ja, und für die deutschen Medien hat das gereicht. Also Tagesschau, auch die Zeitung, Spiegel, Süddeutsche, die haben alle so berichtet. Also es ist nicht so, dass die das so sauber aufgedröselt hätten. Wann haben die Generäle jetzt mit wem geredet? Was ergeben sich aus dem Gespräch für Erkenntnisse? Beziehungsweise was für interessante Dinge, über die vorher schon berichtet wurde, beispielsweise die amerikanischen und britischen Soldaten in der Ukraine? Was für Dinge wurden da jetzt eventuell bestätigt? Welche Dinge könnten uns nur einen Blick auf den Konflikt eröffnen? Ich meine, es ist ja ein internes Gespräch. Da reden diese Generäle natürlich völlig anders, als wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten. Aber über all das wurde nicht berichtet, sondern, du Pullmann hat es gerade gesagt, haltet den Dieb, der böse Russe hat uns abgehört. Also Anti-Berichterstattung oder man könnte es noch einfacher formulieren, Propaganda. Pflicht und ergreifend, das Regierungsnarrativ wiederholt und nicht über die eigentlich interessanten Dinge berichtet. Das können die Politiker machen, das ist auch klar. In gewisser Weise ist das die Spielregel, dass die Politiker versuchen, damit durchzukommen. Aber unsere Medien müssten sie daran hindern. Die müssten sagen, Moment mal, wir machen jetzt heute mal eine Sondersendung, einen Brennpunkt und dann fragen wir, was wusste Pistorius, was wusste Scholz und was machen unsere Bundeswehr? Das machen wir jetzt. Ja, aber das ist das. Daran siehst du, in diesem Land, deswegen sage ich Bananenrepublik, funktioniert nichts mehr. Es ist nicht nur die Bundesbahn, die nicht funktioniert. Es ist auch die Bundesregierung. Es ist das ZDF und die ARD. Niemand erledigt seine Aufgabe. Die Aufgabe von ARD und ZDF. Interessanter Satz. Bananenrepublik hast du, wenn du auf Bruch bei FM, also einem YouTube-Kanal mit etwas über 40.000 Abonnenten, die Einordnung bekommst, die du eigentlich schon erwartest. Die verfassungsrechtlich festgelegt ist, ist nicht der zu gucken, was ihr Herrchen, also die Bundesregierung gerne möchte und sagen will und dann sozusagen laut bellt in diese Richtung. Jeden Tag neu, jeden Tag abhören unter Feinden, das geht gar nicht. Das machen sie die ganze Zeit jetzt. Das ist die Berichterstattung. Anstelle zu fragen, was ist hier eigentlich los? Sie haben keinerlei Kontrollfunktion. Und das Militär agiert nicht so, wie es soll, nämlich den Kommandos der Regierung zu folgen, was sie wahrscheinlich nicht deswegen schon gerne nicht machen, das wissen wir aus dem, ich kenne ja genügend Beispiele, kann ich auch aus Deutschland ein Beispiel erzählen, als der Gehlen, also der Galgenkandidat des Zweiten Weltkriegs, der die Fremdenheere Ost, also die Aufklärung in Richtung Sowjetunion betrieben hat und Aufklärung damals war eine ultra brutale Maßnahme. Das ist nicht, Aufklärung ist ein Euphemismus dafür. Der hat dann, ich glaube es war 1955, hat er seinem CIA-Händler Critchfield, also seinem Führungsoffizier, hat er gesagt, um zu zeigen, wer sein wahrer Herr ist und wem er dient. Es ging ja darum, dass ab 1956 wurde diese CIA-Abteilung umbenannt in BND und war, unter welcher Herrschaft bitte? Das ist auch so, diese Verlogenheit zieht sich ja durch. Und dann sagte Gehlen seinem Herren Critchfield, wenn es dazu kommt, dass in der Bundesrepublik die SPD die Wahl gewinnt, dann werde ich mit meinen Gladio-Truppen einen Putsch machen gegen die Regierung. Wir werden, und das in dem Wissen, dass gerade in Italien diese ganze Sache aufgelaufen war, weil in Italien war die stärkste Partei, die kommunistische Partei und dort musste verhindert werden, dass die an die Regierung kamen. Das ist gelungen mit Unmengen von Geld in den Wahlkampf. Aber es war auch schon vorbereitet für den Fall, dass die Bevölkerung falsch abstimmt. Gibt es halt einen kleinen Militärputsch oder einen größeren. Und das bietet dieses super Arschloch-Gehlen. Ja, der splietet eher den Amerikanern an. Da sieht man, das sind die Machtverhältnisse. Und so ungefähr... Ihr habt gerade richtig gehört. Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes hat den Amerikanern einen Putsch in Deutschland angeboten, sollten die Deutschen falsch wählen. Das sind Planungen, die da aus dem deutschen Sicherheitsapparat im Hintergrund gelaufen sind, von denen wir heute wissen, die damals aber vielen nicht bekannt waren. Ungefähr in dieser Traditionslinie, weil ja nie darüber geredet wird. Ich glaube, da muss man tatsächlich den Kontext auch noch erklären. SPD und FDP, die waren damals für eine deutsche Wiedervereinigung und für ein neutrales Deutschland. Also Deutschland wäre aus den NATO-Strukturen herausgekommen, wenn SPD und FDP gewählt worden wären. Denn die Sowjetunion, die hatte Deutschland die Wiedervereinigung angeboten gegen Neutralität. Also Deutschland wird neutral und im Gegenzug bekommt man nicht alle Ostgebiete, sondern nur die DDR zurück. Österreich hat ein ähnliches sowjetisches Verhandlungsangebot angenommen und hat in Neutralität seine Wiedervereinigung schon in den 50er Jahren gefordert. Das hätten wir Deutschen damals auch haben können, wenn die Deutschen SPD und FDP gewählt hätten und wenn es zu keinem Putsch gekommen wäre, der laut Dirk Pohlmann hier gerade damals durchaus im Raum stand und diskutiert wurde vom deutschen BND-Chef. Aber Schwierigkeiten kriegst, wenn du sagst, Deutschland ist nicht nur Veren, dann kommen die jetzt an mit dem Verfassungsschutz und sagen, du bist Reichsbürger. Wenn du einfach die Tatsachen benennst, die sich hier wieder... Im Chat Gladio, die NATO Stay-Behind-Netzwerke, das italienische Netzwerk hieß Gladio in Deutschland, war auch ein Stay-Behind-Netzwerk, aber Dirk Pohlmann nutzt das jetzt in einer umgangssprachlichen Verwendung, also alle Stay-Behind-Netzwerke einfach mit Gladio bezeichnet. Diese Stay-Behind-Netzwerke, die dienten offiziell dazu, um Guerillakriegsführung gegen die Sowjetunion zu machen, wenn es mal zu einem heißen Krieg käme und Sowjet-Truppen in den westeuropäischen Ländern einführen. Offiziell. Inoffiziell wird vermutet, wie gesagt, ich formuliere das extra so vorsichtig, da noch ziemlich wenig belegt ist und es noch viel mehr Forschung in diese Richtung braucht, aber es gibt zumindest mal die Vermutung, dass diese Stay-Behind-Armeen, die es da gab, also komplett geheime Guerillatruppen, teils bestehend aus überzeugten Rechtsradikalen, mit Zugang zu zahlreichen Waffen und gefährlichem Material, dass die schon vorher aktiv geworden sind, tatsächlich vorher schon für Terroranschläge verantwortlich waren. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber dass es diese Netzwerke gab, das ist mittlerweile gut dokumentiert. Wie gesagt, das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber weil gerade einer im Chat gefragt hat, bin ich darauf jetzt noch mal kurz eingegangen. So funktioniert das durchgehend seit 1945 in Westdeutschland und 1949 mit Gründung der BRD als Grundlüge eingezogen. Nazis Ja, Gehlen war vorher, das hatte Polmann auch glaube ich gerade erwähnt, vorher Chef des NS-Geheimdienstes Fremde Heere Osten. Der war für die Aufklärung in der Sowjetunion und hat den Amerikanern dann sein Netzwerk, seine Informationen angeboten und durfte dann die Organisation Gehlen, das war eine Unterabteilung der CIA führen und die wurde dann später im BND umbenannt. Also der BND ist ursprünglich aus einer Unterabteilung der CIA hervorgegangen, die von einem ehemaligen Nazi geführt wurde. Also ist jetzt auch nicht gerade die ruhmreichste Geschichte für einen Geheimdienst. Überall drin und das sind aber mittlerweile erlaubt, weil sie den Amerikanern dienen. Das ist ja nicht nur deswegen, weil sie den Amerikanern dienen, sondern weil das amerikanische System ja quasi... Wilhelm Domke-Schulz ist sicherlich auch interessant, was er jetzt sagen wird. Wir reagieren tatsächlich nicht mehr weiter darauf. Wie gesagt, wenn ihr NATO-Akte schauen wollt, schaut das, wie gesagt, wie fast immer in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch das gerne an. Ich wollte, wie gesagt, nur auf den Ausschnitt mit Dirk Polmann reagieren, weil ich seine Äußerungen zu den Taurus-Enthüllungen sehr, sehr interessant fand. Also nochmal der relevanteste Punkt zusammengefasst, in diesem Gespräch wird klar, dass deutsche Generäle, wenn sie da die Lieferung von Taurus planen, diese Pläne nicht zuerst dem deutschen Minister berichten, sondern einem amerikanischen General. Dass der wahre Herr dieser Generäle also nicht in Deutschland ist oder auch nicht demokratisch gewählt wurde, sondern dass der sich im US-amerikanischen Sicherheitsapparat befindet. Und das ist etwas sehr, sehr Besorgniserregendes. Und das Zweite ist, dass die Medien da überhaupt nicht drüber berichten, sondern Dirk Polmann hat die Taktik Haltet den Lieb genannt, dass sie darüber berichten, dass die Russen uns abgehört haben. Ja, wer hätte das ahnen können? Verfeindete Länder belauschen sich gegenseitig. Ja, Bananenrepublik, anders kann man das nicht mehr nennen, was wir hier gerade erleben. Wie gesagt, interessante Äußerungen von Dirk Polmann. Schaut euch gerne die gesamte Folge an.